So, ein herzliches Willkommen zu LS19 auf der Ravensberg. Ja, wir sind ja unterwegs zum Pelletsverkauf. Der Paul ist gerade schnell mal offline, äh, offstream. Der kommt gleich wieder. Und bei mir ist noch der Kneti mit dabei. Guten Tag. Ebenfalls in der Party. So, dann schauen wir da mal. Ach, hier kann man dann auch übrigens die Ballen verkaufen, wie ich das sehe. Und Gülle kann man hier auch loswerden, okay? Mist kannst hier loswerden, alles mögliche. Oh, jetzt geht's weinlich Geld. Hahaha. Ja, 153.906. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aus dem Scheiß wieder rauskommen. Ach, hier Kneti, jetzt kannst du mal ins Team schauen, wenn man rückwärts fährt mit der Sonnen-Ding. Ah, weiß ich nicht. Und dass ich das kann und der Dings nicht so gut. Dann suchen wir kurz mal rückwärts fährt mit Paul. Hm? Dann suchen wir kurz mal rückwärts fährt mit Paul. Ja. Ein Paul würde das jetzt gerade nicht so schaffen, denke ich mal. Und dann könnten ich auf, denke ich mal da sie positive sind. Und jetzt kommt der Dings ayantügt. Oh, jetzt kommen wir kurz mal rückwärts. Und dann거야 da oben. Und dann kommt der Dings這樣子. Und dann announcements. So, für den brauchen wir jetzt erstmal eine Verschönerung. Ich fahre jetzt gleich, sonst vergesse ich es wieder. So, was sind es denn, die sind da drinnen, dann hinten bei den Gewichten. 2000 Kilo, wir verdienen ein bisschen viel. Na, beides blau schaut auch scheiße aus. So, das wäre die Hauptfarbe. Die Hauptfarbe wird blau, Designfarbe gelbe Streifen. Ja, das kann man lassen, oder? Knitli? Schau mal im Stream. Ja. Kann man lassen, oder? Ja. So, eine Verschönerung. Sogar mit Beleuchtung. Ja, Paul, ich habe jetzt mal eine Verschönerung vorgenommen noch. Was für eine. Kommt auf dich Zugfahren. Ey, schick. Blau. Haben doch mit Beleuchtung, oder? Ja, Bombe. Die anderen haben auch Beleuchtung. Die anderen haben auch Beleuchtung. Ja, na... Die anderen haben auch Beleuchtung. Lass den mal kurz hier stehen. Nein. Jetzt hat es quasi drei Anhänger da stehen. Brauchst du eh nie und nimmer. Momentan. Oh. Warte mal, ich koppel mal schnell den da an. Tja, so geht das. Äh. Ich bin da mal weg. Jo, mach das. Ich bin grad noch am Handy ganz kurz. Äh. Was war das? Zuckerfabrik, oder? Wieso eigentlich die Zuckerfabrik? Was will jetzt die Zuckerfabrik? Mit Dings unten. Ja, stimmt. Ja. Genau. Schau mal, ich schau mal, ob sie noch mal so ist. Naja. Die, die brauchen noch irgendwas, das leuchtet blau dort. Moment mal, was brauchen die noch, was blau leuchtet? Moment mal, so Zuckerfabrik. Da schau ich jetzt von noch. Fahr du weiter, ich schon noch. Kartoffeln. Kartoffeln? Nee, der Preis ist nicht gut. Nee, ist nicht gut, nee. Warum hast du den zweiten Anhänger nicht mitgenommen? Da ist doch auch was drin. Naja, ein bisschen was. Das Brösel, was da drin ist. Oh, ich will die Ballenmaschine. Ich mag die so sehr. Oh, ich will die Ballenmaschine. Ich mag die so sehr. Ich muss nicht mehr gehen. Ich muss nicht mehr gehen. Ähm... Ja, nicht mehr gehen. Ach du Scheiße, wofür ich denn jetzt hin? Bin ich hier schon richtig? Nee, ich bin ja nicht richtig. Wie um Gottes Willen komme ich zur Zuckerfabrik. Die ist ja am Arsch der Welt. Was ist jetzt ein neues Video noch? Ja, haben wir schon, ja. So, gut. Das ist nämlich die Zuckerfabrik am Arsch der Welt. Bojo. Bei unserem Nice-Ferber. Alter, das ist nicht euer Ernst. Na, für den Preis muss man Benzin zahlen und fahren. Ja, aber weißt du auch, dass ich zwischen den Wald um den Wiesenweg fahren muss? Du kannst die Leute ja im Video unterhalten. Ah, hier ist der in Sammestad. Oh, haben wir das Spiel verlassen? Was ist da los? Naja, keine Ahnung. Das mit Verabschieden hat er nicht so. Okay, gut, dann das war's. Das war an sich ein ganz cooler Typ. Sehr produktiv, macht Spaß mit ihm. Guck mal, was ich jetzt auf die Kurzzeit gelb gemacht habe. Läuft da. So, weiß was jetzt höher kommt. Meine Ballmaschine. Und der andere, jetzt warte mal. So, herzlichen Glückwunsch, war meine Wiese. Haben wir einen Rasenmäher? Nein, haben wir nicht. Meinst du den Big M 500 oder was? Das Ding kostet den Schweinegeld. Nee, warte mal. Du wolltest doch so ein Ding zum Schneidwerk irgendwann einmal. Aber jetzt kümmert man uns erstmal um das eine und dann um das andere. Glauben wir. Das interessiert mich ja nicht mehr. Minus 30 Plätze. Die Rasenmaschine. Was 30 Plätze? Keine Ahnung. Zeig ich weiter. Und das eine Mähwerk 7 und das andere 8. Ja, eher Mähwerk würde ich sagen. Ja. Welche Wiese ist denn jetzt das? Die wo ich gerade vorbeifahre. Ja, das ist ein schönes Teil. Schön schön. Ich bin der Meinung, Mähwerk und sowas kostet nicht viel. Aber wir wollten ja erstmal Ballenpresse, ne? Ja. Die kosten ja nicht zu viel. Ballenpressen ist mein Liebling. Aber das probiere ich jetzt dann aus. Das probier jetzt dann ich erstmal aus. Eine Bahn aber nur. Nö, 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 nö. Nix. Du kannst halt einmal Trasher fahren. Halt ausnahmsweise mal. Ich will auch mal ein bisschen Spaß übersandern. Komm erst mal hinter, kriegst du einen Anhänger noch. Du hast die drei hinten, die müssten reichen. Halt, ich muss jetzt erst was anderes erledigen. Sonst kommen keine Kohle rein. DGA ist aufholend. BGA. BGA. Smite, 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 smite. Kennst du es halt so lieb noch? Kennst du wahrscheinlich. War nicht deine Zeit noch? War nicht deine Zeit noch? Nein. Smile heißt das Lied. Muss man da rein machen. Pfaffendorf. Nein. Da hörst du dann auch immer so einen Zug, der wo andrauscht. Weißt du, das huckt man jetzt dann. Diese amerikanischen Züge da. Soll ich eher Stroh reinhauen in die BGA oder was meinst du? Ach, ich hau jetzt Stroh rein. Stroh haben wir genügend. Was steht denn? Was steht denn zur Verfügung? Stroh und Zuckerrüben. Aber Zuckerrüben finde ich fast zu schade. Zum verheizen. Und Zuckerrüben. Muss man so mühevoll ernten und dann sollen wir es verheizen. Das tun wir nicht. Gebe ich mir ein bisschen weniger auch zufrieden und hau Stroh durch. Ist nicht so hart zum erarbeiten. Was lohnt sich mehr? Pellets oder Stroh? Wie wird Stroh angezeigt? Warte mal. Warum? Wegen Verkaufen meinst du oder was? Ja, da lohnen sich schon Pellets mehr, ne? Stroh haben wir 139. Ja, Pellets lohnen sich da viel mehr. Ja. Ach, da kann ich... Ach so, ich wollte gerade sagen. Da habe ich gedacht, da könnte ich auch Pellets reinschmeißen. Äh, nee. Pellets kann ich hier nicht reinschmeißen. Die BGA läuft. Jetzt ist der Knetchen nicht mehr drin. Das wollte ich im Stream noch zeigen, wo wir hier die Kühe sind bei uns. Wie viel geht in eine BGA rein? Hm, 65.000 Liter glaube ich. Ja. Wie machst du das denn mit dem Strom? Haust du einfach rein? Genau, das verheizt es. Ja gut, aber das nimmt ja nicht alles auf. 65.000 Liter. Haust du das immer so viel bei dir in den Laster rein? Nee, dann haue ich ein bisschen mehr rein. Füll alle zwei auf. Den Rest habe ich ein bisschen zu viel dabei. Das haue ich wieder ins Lager rein. Achso, das heißt er kippt ein bisschen lang und das passt dann. Genau. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Kann ich mal ein bisschen sauber machen kurz. Jetzt müssen wir das in der Laster rein. Jetzt müssen wir das auf und die Kasteln rein. Ja, wir wollen es. Jetzt müssen wir die Kasteln aufpassen. Und da haben wir noch mit dem Fermateln. Lach mal auf und das ist das noch großartig. Und das ist nach dem Fermateln muss. Ist das schon zu klein. Das ist das so großartig. Da ist's gegen die Kasteln. Dann wird es schon eingelang. Da ist etwas hier drin. Ja, ja, brave Tiere sind das. Die produzieren immer schön brav Milch, wo man schön teuer verkaufen kann. So, dann fahren wir zum Paul wieder hoch. Ich werde jetzt gleich mal diese Multi-Kaufstation wegmachen, weil jetzt haben wir einen Feld. Und was mit Dünger? Dünger habe ich in der Maschine drin. Wo kaufst du das? Was, Dünger? Sag gut. Wo das kaufst? Wie willst du das denn immer sonst kaufen? Das gibt's am Hafen zum Kaufen? Sag gut. Dünger gibt's bei Müller und Söhne. Ja, ja. Ja, da gibt's auch bestimmt was auf der Horsch. Ne, ne. Ist ja das Problem. Da mag ich wetten, dass da was gibt. Das schau ich mir später noch an. Bei mir schnell. Da mag ich wetten, dass da was gibt. Von Kuhstallbrücken müsstest du mir, also könntest du mir bitte helfen. Ja, da kommst du am Moment schon zu mir mit drauf. Dann schauen wir uns das mal schnell an. Da muss es was geben. Es gibt's nicht, dass es da nichts gibt. Da muss es was geben. Wahnsinn, schaut gut aus, ne. So, aber währenddessen ich jetzt noch die neue Maschine hole, will ich sagen, das war's erstmal für die YouTube. Wir sagen erstmal tschüss. Und tschau. Okay, tschau tschau.